Hallihallo Löhle, jetzt rück zu World of Warcraft, zu einer weiteren Folge. Wir haben in der letzten Folge einige Quests bekommen, wie man sehen kann hier. Da machen wir sie mal nach und nach abarbeiten. Ach ja, ich bin nicht herausgerannt, ne. Genau, 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 genau. Wer ist das? Linia Abendis, okay. Öh, die fällt besser aus. Ob Schaden zu machen? Ja, noch einer. Ja, das hasse ich beim Spiel. Na komm, wir haben da. So, schnell raus da. Vorher noch einer kommt. So. Äh, jetzt haben wir da, vierhandsche Kette. Da will ich ihn nicht tragen. Gewinn, toll. Mach mal. Setz dich mal hin. Schleck mal ein Pilz. Hm. Oh, Mann. Hm, 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 hm. Hier ist keiner. Da ist keiner, okay. Der Olin ist wieder weg. Hier unten auch, der war klar. Die heilen sich bald gegen das Seil. Hätte ich auch noch. Ich weiß nicht mehr, wie oft, wie lange. Ich halte da gar nicht. Jetzt sieht es schlecht aus. Das sieht gar nicht gut aus. Ich werde ihn alles hier schaffen. Puh. Helfen die mir jetzt, oder was? Are you helping me? Das ist ja nix, ne? Nö. Die bleiben ja wohl stehen jetzt, oder was? Sind schon wieder weg. Und ein Flügel auch noch. Eine Bibliothek. Genau dasselbe nochmal. Ach ja, die Schreitanten. Hm. Jetzt kommt ein Portal, aber doch weiter oben... Bibliotheksflügel... Da ist hier nix, muss ich hier rauf... Äh, die noch einmal nehmen... Hier soll auch noch ein Boss sein... Du bist es nicht... Oh, fertig... Oh, eine Assassine, wo ist der denn? Ist der noch weiter oben? Man kann ja noch weiter hochgehen, ne? Irgendwann muss man noch weiter hochgehen... Man kann ja noch im Grunde Raum... Ah, mein Gott... Hier war ich ja... Ja, hier war ja nix... Da geht es auch nicht weiter... Wo ist denn Rohan, der Assassine? Das war einfach... Ich muss kurz mal noch weiter hochgehen... Aber jetzt hier die Treppe... Hier, hier ist die Treppe... Hier, die hab ich gesucht... Genau... Wurde hier oben sein, wa? Unter dem Dach... So, der wird wohl hier oben, Junge sein... Rohan... Auch nicht, ne? Hm... Wo ist der denn? Kann ja nur noch da sein... Gehen wir da noch hoch... Weiß er auch nicht essen, weiß ich auch nicht... Äh... Hier... Halle der Waffen... Hier ein Kleriker... Geh schlafen... So... Mach... Ja, genau... Leg dich hin... Äh... Verzauberer... Kleriker... Verzauberer... Verzaubern... Wo ist denn denn der... Rohan Assassine? Hier... Noch höher geht's denn nicht... Mehr Räume gibt es doch... Doch hier nicht... Verzauberer... Verzauberer... Kleriker... Verzauberer... Hm... Ja, muss ich wohl mal gucken... Wo der ist... Ja... Komm her, du auch... Einmal du... Einmal du... Das sind wir... Heide du... Genau... Oha... Der ist ein normaler... Kleriker... Erstmal hier raus... Schon mal die Quest abgeben... Ach, bei ihm ja gleich... Was kann ich für euch tun... Ja, da... Quest abgeben... Für die Allianz... So... Was steht denn da... Glockenturm... Ja, aber ich hab da oben... Glockenturm... Weiß nicht da oben... Da gibt's noch einen Raum... Genau... Dann tun wir mal auf... Hm... Okay... Wir gehen mal gucken... Ja, hier war ja nix... Hier war nix... Ein Satz mit X... Okay... Wieder runter... Hier war ja auch nix... Außer Gegners... Boah... Kommt ihr doch hinterher... Dann spürt mit ihm... Müsste doch hier oben sein... Ich hab hier nix wieder gesehen... Ist doch hier der Glockenturm, oder? Ich war da gerade hier oben... Geht doch nicht noch höher... Ach, da ist er doch... Oder was? Oah... Kollege... Da hat er sich aber gut versteckt... Der Rohan... Jetzt... Da... 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 Das... Das... Und das noch... Oh... Tschüss... So... Auch erledigt... Der Wolski... Äh... Einmal Heilung... Falls nach mir um die Ecke kommt... Haben wir schon mal zwei Quests fertig... Es läuft... Äh... Moment... Hier... Nein... Oh... 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 So... So... Kollege... Auch fertig... Seid gegrüßt... Die Maske... So... Was ist die Uhr? Tempo... Ne... 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 Okay... Ne... 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 Bleib... Was kann ich für dich tun? Was kann ich für dich tun? Ne... Gar nix... Ok... Auch nicht schlecht... Auch nicht verkehrt... So... Ich mach hier eine kurze Pause... Ne... 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 Folge mit frischem Zwerg machen wir die nächsten Quests hier. Aber auf einmal, wenn es geht. Aber bis dahin erstmal, tschö mit Ö.